Unser erklartes Ziel ist, unsere Fahrzeuge ständig zu verbessern. Damit spricht man die Effizienz zu, die sollte natürlich sehr hoch sein und natürlich die ganze Bedienbarkeit von unseren Geräten soll natürlich sehr komfortabel sein und ist natürlich noch super drauf. Die Erfahrungen nehmen wir unter anderem auch vom Geodrach Super Cup, weil da geht es echt um Zeit und Geschwindigkeit und ganz extrem noch die letzte Zehntelsekunde auszuholen von der Maschine, dass sie ja in der Zeit ihnen bleiben. Also der Geodrach Super Cup ist sicher sehr spannend zum Zuschauen und seit 2011, seit die ersten Mädels mitgefahren sind und die Männer davon gefahren sind, also ist es sicher noch spannender geworden und wo sehr interessant, wenn ein Mädel da auf dem ersten Platz steht. Ich habe mir einen Lindner Traktor gekauft und für mich ist der Lindner Traktor das beste Fahrzeug, also der beste Traktor und darum mag ich auch das zwei Räder fahren mit einem Lindner Traktor. Also die Montage muss mit hundertprozentiger Verlässlichkeit passen, weil gerade am Steilhang und bei den extremen Einsätzen, was mit unseren Traktor und Fahrzeugen gefahren werden, muss das einfach picobello hinhauen. Und dafür verbirgen wir uns als Firma Lindner.